Musik Yo Leute, am Start der Cube und der Leo zu Let's Play Paragon. Na mein Kleiner, wie geht's dir? Bist du gut drauf? Ja! So, er spielt mit Murdoch, ich spiele mit... Mit wem soll ich... Spiel ich mit Twin Blast? Ich gehe erst mal auf Crit und Speed. Und... Ne, meine... Mein Speed, geh mal links? Wir gehen links, ne? Oder was hast du? Wir gehen links. Na, wir gehen nach Blub. Achso, ja. Ja, engsorig. Red, red, red. Ich wollte noch sagen, warum die Red? Also, damit meinen wir jetzt den Red Buff, der mir mehr Schaden gibt oder willst du ihn haben? Ist eigentlich relativ, wir sind ein beides Damage-Spieler. Ist eigentlich... Ja, der ruft uns schon. Aber hier, Ingeborg redet auch schon, ja. Damit, Leute, wir euch übrigens empfehlen, auch mal anzufangen. Meine ersten zwei Paragon-Videos kamen mir übel zu gut an. Einmal das Tutorial und einmal die Grundlagen. Jeweils weit über 100 Klicks. Das ist schon mal sehr geil. Darum habe ich mich dann doch entschlossen, hier noch ein bisschen was live zu zeigen. Mit einem kleinen Mute. Das ist dieser kleine Pimmelmann hier. Der leider Mörder kaum auf Speed spielen kann, weil er mir gerade gebeichtelt hat. Dass er so minderwertig ist, dass er kaum die Karten gezogen hat. Ja, das ist natürlich ein bisschen schlecht. Sehr schlecht, sogar. Ich meine... Minderwertigkeit, Brotau... Halt die Fresse. Ich habe jetzt zum Beispiel Rot-Augen... Du bist halt auf der anderen Seite beide minderwertig. Ich habe Rot-Augen-Nitro- und Verpuppungskolben. Das sind zwei Karten, sind mit Wut, also diesen Rot. Du hast Verpuppungskolben. Halt die Fresse. Halt aber die Fresse. Und auf jeden Fall kosten die halt nur zwei Kartenpunkte und können halt genauso viel wie andere Karten... Wie andere Karten, wie andere passive Karten, die halt aber drei Kartenpunkte kosten. Oh, das ist dann schon ziemlich geil, aber die zieht man halt nicht ganz so oft. Kann ich aber für Twin Blast nur empfehlen, genau wie ich für einen Mörder diesen Mikrosprengstoff... Miko, Sprengkopf, Mensch, was denn los, empfehlen kann. Aber den hat der gute Nico nicht und leider kann man hier nicht mit Karten handeln, weil die ist sehr gut. Die kostet zwar drei Kartenpunkte, macht aber direkt plus 15 Schaden. Also wo andere passive Karten halt nur diese 7,5 Standard geben am Anfang, gibt die direkt plus 15 und macht glaube ich auch noch Tritt. Und Tritt macht die schon ziemlich heftig, also mit der Karte kann man ganz gut anfangen, wenn man Mörder gespielt. Aber okay, wo redest du hin? Ja, sorry, 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 ich wollte so in meinem Geräte vertiefen. Gut, Baller schon mal drauf. Ja, ist der Kruu. Guten Morgen, ich bin die Hannelore, ich wollte euch nur mal töten. Ähm, ich bin recht tot. Es wäre cool, wenn du mal Akku... Okay, ich bin recht tot. Schau mal ab. Okay, jetzt schieße ich da auf dich. Nice. Ich kann nicht leben. Ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir gleich hinterlaufen und dann hassen uns direkt alle, weil ihr könnt gar nichts. Und wir müssen aufpassen, der eine guckt schon so in unsere Richtung. So, haben wir direkt vier Kartenpunkte. Lass mal direkt links gehen, hinterlaufen. Achso, wir haben beide kein Leben. Ja, wir haben ja, ja. Ich habe bloß gesehen. Wen haben wir überhaupt auf unserer... Wir haben die Sparrow, haben wir. Ich schmeiß mal noch Granate. Tu mal so, als wäre ich gut. Müssen die jetzt erstmal zurückdrängen. Dürfen uns jetzt... Das lacht in der Wixer. Dürfen uns aber nicht zu weit rausziehen lassen, weil wenn wir jetzt gleich hinterlaufen werden, wenn sie da rauskommen sollten, aufgrund unserer Leben sind wir da sehr, sehr schnell tot. Aber die Sparrow scheint sich auch erstmal zurückgezogen haben. Wenn wir Pech haben, haben wir ihr, aber aufgrund... Nee, die ist oben. Nee, die ist oben, okay. Weil ich bin mir jetzt halt nicht sicher, ob wir der schon Kartenpunkte geschenkt haben. Das wäre sehr ungünstig, sage ich mal. Wahrscheinlich. Jetzt hat sie versucht, uns schon zu treffen mit ihrem Scheißskill. Die hat ja auch diesen Skill, wo die diese unglaubliche Reichweite plötzlich hat mit diesem einen Pfeil. Das kotzt natürlich extrem an. So, okay. Ähm, ich würde sagen... Erstmal nach hinten pimmeln. Zurück. Ja. So. Ich habe jetzt ja vier Kartenpunkte, da ich ja für meinen, ähm, Nitro... Oh, Mensch. Äh, Rotaugen-Nitro nur zwei Kartenpunkte verschenkt habe. Ich zeige das nochmal kurz. Hier, das kostet ja nur zwei. Ich gehe erstmal auf Speed und Crit und ich mache jetzt einfach mal hier. Um die grausame Kittenethik kann ich für Twinblast nur empfehlen. Kostet vier Punkte gleich, aber gibt, äh, plus 26 Angriffspeed. Das ist wirklich schon für den Anfang ziemlich, ziemlich viel. Äh, muss aber auch laufen, denn wenn ihr jetzt diese Taktik wie ich anwendet, es kann auch sein, dass das jetzt vollkommen in die Hose geht. Weil wenn ich jetzt in die Schnellkartenpunkte nachfahme, komme ich nicht auf meinen, ähm, Crit und auch nicht auf meinen Schaden. Und dann sieht es echt ein bisschen scheiß aus und dann kann man es irgendwie schnell verkacken. Gerade wenn man gegen eine Fernkampfklasse wie Sparrow und einen Murdoch, wenn ich das jetzt richtig sehe, kämpft. Ich habe zwar auch einen Murdoch, aber wer Murdoch kennt, das ist eine ziemliche OP-Klasse. Man muss halt nur spielen können. Nico kann's, der Liu, theoretisch. Wenn er sich anstrengt und nicht ganz so dumm anstellt. Der eine Heide, äh, pass auf, die Sparrow, die hat das gerochen. Die hat's gerochen. Ich meine, gut, wenn sich Leo mal öfter duschen würde, hättest er das vielleicht nicht mitbekommen, hat er nicht gemacht. Kannst du jetzt nicht machen. Aber guck mal, Toff, ey, der wartet. Der wartet. Lass dich mal zurückdrücken. Aber warte, die Sparrow hat die, glaube ich, schon gesehen. Das ist Muriel, ne, warte, der wartet nicht, der kann nicht abstauben, kannst du vergessen. Aber der ist eine Absicherung. Weil abstauben mit einem Muriel zumindest so weit am Anfang wird auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Alter, der hat mich, alter, guck mal, was der Edge of the Damage macht, der Murdoch. Können wir eigentlich gleich mal gucken, was, mit was der angefangen hat. Dann kann gleich Nico, wenn er seine nächsten Karten zieht, vielleicht mal das Deck anpassen. Okay, hast du den Murdoch da? Nicht, dass der jetzt, äh... Ah, Ingeborg, schieß doch nicht. Ja, so. Granate, schön getroffen, nice. Okay, jetzt haben wir einen ganz gut geflasht, aber wir ziehen uns mal zurück. Das bringt uns nichts, das ist ein Fass ohne Boden. Ich weiß nicht, ist die Muriel noch da? Ähm, nein. Die ist in der Mitte aushilfen. Was, du gehst in der Mitte aushilfen? Ne. Ach, ne, die ist in der Mitte aushilfen. Gut, jetzt haben wir nämlich wieder unsere Kartenpunkte. Ich weiß gar nicht, waren die schon mal weg? Die Sparrow nicht, ne? Die ist bisher Takenwart geblieben. Ähm, ich geh mal, ich geh nochmal auf Speed. Ich mach die Granate jetzt mal nicht weiter. Ja, Typ, deine Fallen könntest du auch mal setzen hinter uns dann, weil ich zieh mich jetzt mal zurück. Ich hab nicht irgendwie Schiss, dass jetzt hier gleich einer kommt. eher in der Nähe des Turms bleiben, weil wenn er jetzt zu weit aufrückt, dann bringt euch das nicht viel, weil ihr kriegt schon auf die Fresse. Alter, der macht ganz schön damage. Ja, passt auf jeden Fall da. Ja, passt auf jeden Fall extrem damage schon. Aber ich mach auch schon gut, aber ich bin eben eher auf Speed gegangen. Ich bräuchte auf jeden Fall relativ schnell deine Hilfe. Na, es ist ein Mörder. Ja, das ist ein Mörder. Ja, das ist ein Mörder. Ja, das ist ein Mörder. Fallert die kleine Hufe wieder auf mich? Hattest du gedacht jetzt? Mörder ist am Start. Alter, was der schon an Damage macht, was die schon an Damage macht, der Mörder, der geht so gar nicht. Wahnsinn. Alter, der Typ geht echt Hardcore auf den Sack. Also, ich hasse ja den Mörder. Ja, warte, ich bin gleich mal da. Ja. Das ist die Zeit. So, jetzt hab ich auf jeden Fall meine Ulti endlich. Also, der Mörder, der macht so heftig viel Schaden und die Sparrow hält dich eben auch noch zusätzlich auf Entfernung. Das ist so schwer. Du kannst jetzt beide eigentlich wunderbar hinterlaufen. Ich hab die so weit kommen lassen. Also, nicht, dass das jetzt gewollt gewesen wäre, aber. Irgendjemand wollte jetzt hinterlaufen, macht es aber doch nicht. Die ziehen sich jetzt zurück. Der läuft jetzt. Ah, scheiße. Die Muriel. Ich glaube, wir haben ein Problem, Kollege. Ich glaube nämlich, die Muriel kann Muriel nicht spielen. Weil, sie fliegt nicht. Sie fliegt im Prinzip nur hin und her. Hat immer wenig Leben. Heil so gut wie nie. Hätte mir ja vorhin mit dem Mörder schon helfen können. Mit ihrem Skill. Aber welches ist das? Ist das Level 5 derzeit? Müsste also eigentlich theoretischerweise klappen. Die sind rechts auch schon fast durch. Weil, ich weiß nicht, was Muriel macht. Also, beim besten Willen. Ähm, ich glaube, das wird dann eine sehr, sehr ungünstige Runde hier. Ich glaube, ich klinge jetzt hier nicht auf den Sack. Ich weiß gar nicht, haben wir ein Inaktiven? Oder zocken bei uns gerade alle? Wir haben ja irgendwie das Glück, mal ein Inaktiven zu haben. Ich weiß auch nicht, worauf die warten. Warum die uns jetzt diese Kartenpunkte schenken, die Taktik ist mir gänzlich unbekannt. Oder sie warten, weil sie ihre Ultime...